Wir befinden uns in Indien. Keine Sorge, dieser Mann lebt noch. Laut Augenzeugen wollte dieser die Gleise überqueren und ist dabei unter den Güterzug gekrochen. Dumm nur, dass der Zug genau dann losfährt, als der Mann unter ihm ist. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich so flach wie möglich auf das Gleisbett zu legen und zu warten, bis der Zug vorbei ist. Doch das dauert bei einem Güterzug schon mal länger. Ganze zwei Minuten musste der Mann um sein Leben bangen. Trotz dieser dummen Idee ist der Mann ohne einen Kratzer davon gekommen.